Am 11. Januar 2023 wurde vom Deutschen Bundeskabinett das Gesetz zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende auf den Weg gebracht, welches unter anderem die verpflichtende Installation eines Smart Mieters in jedem deutschen Haushalt bedeutet. Und dies trotz Kritik von Verbraucher und Datenschützern und trotz vielen Argumenten, die gegen Smart Mieter sprechen. Neun dieser vom Verein Schutz vor Strahlung zusammengefassten Argumente zeigen wir Ihnen im Anschluss. Bilden Sie sich Ihre eigene Meinung über ein solches Gerät und informieren Sie Freunde und Bekannte. Smart Meter generieren ununterbrochen elektromagnetische Strahlung. Oft verursachen sie hochfrequente Signale, welche sich im ganzen Haus ausbreiten. Diese stören unser Wohlbefinden und gefährden unsere Gesundheit. Übelkeit, Erschöpfung, Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit, Herzbeschwerden und eine Zunahme der Zahl elektrosensibler Menschen sind die Folgen. Hochfrequente elektromagnetische Strahlung wird von der WHO als potenziell krebserregend eingestuft. Überwachung und Datenschutz Durch die ständige Datenspeicherung und Datenverarbeitung können Energielieferanten ihre Verbrauchergewohnheiten verfolgen. Welche Geräte werden wann, von wie vielen Konsumenten wie verwendet? Diese Informationen könnten künftig für kommerzielle oder politische Zwecke genutzt werden. Die Auswirkungen auf elektrosensible Menschen stellen Rechtsfragen in Bezug auf Diskriminierung und Barrierefreiheit. Bei sich die Strahlung von Smart Metern im Haus ausbreiten, können sich Betroffene nicht mehr zu Hause aufhalten und andere Menschen nicht mehr unbeschwert besuchen. Ökologischer Wahnsinn Es ist nicht zu rechtfertigen, dass einwandfrei funktionierende Zähler entsorgt werden, die dann als Elektroschrott recycelt werden müssen. Die Zähler sind empfindlich, softwareabhängig und müssen regelmässiger ausgetauscht werden als die bisherigen langlebigen Zähler. Gewerdung von Flora und Fauna Smart Meter können schädliche Auswirkungen auf die Umwelt haben. Elektromagnetische Felder stören beispielsweise die Magnet-Kompass-Orientierung von Zugvögeln, wodurch diese ihre Orientierung verlieren. Fehlende Energieeinsparung Smart Meter sollen laut Werbung zum Energiesparen beitragen. Doch das Sparpotenzial wird torpediert durch die ständige Produktion neuer Geräte. Zudem wurde dieser angebliche Spareffekt nie nachgewiesen. Die in dieser Technologie am weitesten fortgeschrittenen Länder wie Frankreich, Kanada und die Vereinigten Staaten konnten keine Energiesparung feststellen. Im Gegenteil. Smart Meter verbrauchen im Betrieb mehr Strom als die bisherigen Zähler. Falschmessungen Die niederländische Universität in Twente zeigte auf, dass Smart Meter bis zum Sechsfachen des tatsächlichen Stromverbrauchs messen. Der Grund? Smart Meter kommen mit modernen Geräten wie zum Beispiel dimmbaren LED-Leuchten nicht immer zu Gange. Brandgefahr Brände im Zusammenhang mit Smart Metern haben in den Vereinigten Staaten zugenommen und Kanada sogar dazu veranlasst, eine große Anzahl dieser Zähler wieder durch herkömmliche elektromechanische Zähler zu ersetzen. Abschaltung auf Knopfdruck Energieversorger haben von außen Zugriff auf den Smart Meter. Strom, Gas und Wasser können aus der Ferne abgeschaltet werden. Die Datenübertragung der Smart Meter ist zwar geschützt, eine Manipulation der Zähler ist für geübte Hacker aber kein unmögliches Unterfangen. Die Datenübertragung der Zähler